Willkommen in Seelze. Hier bin ich zu Hause. Inmitten der Region Hannover hat sich Seelze zu einem beliebten Wohnort entwickelt. Ein gut getakteter Nahverkehr und attraktive Neubaugebiete sorgen seit Jahren für stark steigende Einwohnerzahlen. Hunderte Händler, Dienstleister und Gewerbetreibende stehen für ein vielfältiges Angebot, für einen persönlichen Service und für Arbeitsplätze direkt vor Ort. Eine bewegte Stadtgeschichte lädt zum Entdecken und Verstehen ein. Engagierte Fachkräfte fördern zeitgemäß und bedarfsgerecht die Entwicklung der Seelzer Kinder. Die Schülerinnen und Schüler starten in optimal ausgestatteten Räumen und mit modernen Medien in ihre Zukunft. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Stadt. Das ist Seelze.